Immer mal wieder jetzt kleinere Fehler von dem jungen Ehren. Doppel 16, die Chance fürs nächste High-Finish und das ist der Match. Und er checkt die 105 zum Match. Michael Smith setzt sich also durch und gewinnt wie gegen Gervin Price. Richtig im Flow, seine Legs gegen Ende. Und steht also im achten.